Willkommen zurück zu Pokémon Schild, ich hoffe doch, dass wir hier noch rechtzeitig und gut durchkommen in den nächsten zwei Parts. Ähm, ja, haben wir noch genügend Auswahl. Außerdem hat es nur so wenig Leben. Der Kurskopf ist eine absolute Knötzlämme. Es geht um ihren Kurskopf zu einem den Kurskopf zu einem Kurskopf zu bergen. Und zwar ohne Kurskopf, den ich bin aus dem Kurskopf zu bieten. Wenn ich das noch nicht Б refusal bin, das ist der Kurskopf zu. Ich bin mit dem Kurskopf zu gegenüber dem Kurskopf, und ich bin mit dem Kurskopf zu beregen, dass ich einen Kurskopf zu verbreiten. Das ist Dramatay! Na gut, aber das hat natürlich auch aufs Risiko gegangen, weil das ist ja immer noch ein Kampfpokamon. So, was machen wir da jetzt am besten? Ja, alles ist gut. So, Bronzong, ja da könnten wir euch auch... Haben wir das wirklich schon gekämpft? Oder es ist das kleine, kann ja gar nicht sein. Ja, ein Feuer-Pokémon wäre nicht schlecht, aber wir können es ja einfach mal so versuchen. Ja genau, wir sind aber gut gekämpft. Auf jeden Fall alles nicht sehr effektiv, aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Auf jeden Fall kann uns der jetzt auch nicht so großartig viel schaden. Und setzen wir mal den Beleber ein. Komm, wir haben so viele Beleber, die können wir auch mal reinsetzen. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ich weiß vielleicht auch nicht... Ich bin mit einem Ball aus dem Ball aus dem Ball. Aber ich kann euch nicht gerne sehen. Wie geht schon ganz genau. Okay. Ich bin mit einem Ball aus der Szengeberg. Ich bin mit einem Ball aus dem Ball aus dem Ball aus. Das ist nicht gut. Auf der anderen Seite, wir sehen noch was gut in der Zeit. Hier haben wir noch irgendwie Top-Genesung. Wie oft mussten wir eigentlich so eine Art Top-Elixie einsetzen? Das wäre vielleicht auch mal so eine interessante Studie. Kann ich das mal ausrechnen? Kann jemand dann oftmal durch alle Parts durchgehen? Übrigens, was immer noch ein bisschen bitter wäre, ist, wenn wir das jetzt hier am 59. Part hinkriegen, weil ich hätte schon Full House gemacht für 60 Parts. Aber es geht ja noch weiter. Im Sommer dann. Oh, meine noblen Pokémon. Ja, gell? Verloren? Ich? Wie ist das nur möglich? Wir haben die Meute vertrieben. Jetzt heißt es, ab nach oben. Jedes Erkunde zählt. Was war das? Ja, offenbar hatte mein Bruder ausreichend Zeit, um den Plan zu vollenden. Gehen wir. Jetzt kommt es gleich zur Dirkatze. Nur, ich habe es vollbracht, Brüderchen. Die Kreatur hat sich tatsächlich von meinem rostigen Schwert anlocken lassen. Dann musste ich ihr nur noch eine ordentliche Ladung an Galapartikeln verfassen. Wie konnten sie nur? Sehen sie nicht, wie schmerzhaft das für Zackian ist? Und alles nur, weil ich nicht verhindern konnte, dass sie das rostige Schwert stellen konnten. Ja, ich denke immer nur an dieses Schwert. Warum nicht auch an den Schild? Ja, der Schleier ist gefallen und seine wahre Natur offenbart sie ihren Wohlgewalt. Diese Beste soll also euer Eberheld sein. Jetzt zeigt sich, wer die wahren Könige der Galapartikel sind. Oder kann es sein, dass er den Schild nie gestohlen hat? Nee, die müssten eigentlich beides gestohlen haben. Ja! Bruder! Ich bin nicht dein Ziel. Du sollst an deinem Zorn an der Stadt und ihren Einwohnern auslassen, oder was auch immer. Er versucht verzweifelt seine Kraft im Zaun zu halten, doch es wird ihm nicht gelingen. Zackian! Ich hatte gehofft, wir könnten ähnlich vorgehen wie bei den Dynamax-Pokémon. Jetzt haben wir es auch mit einem legendären Pokémon zu tun. Falls du froh hast, es zu fangen, würde ich dir davon abraten. Ich geb's nur ungern zu, aber ich glaube, du bist der einzige, der in dieser Situation gewachsen ist. Mach dir keine Sorgen, Lukas. Ich kümmere mich darum, dass hier alle in Sicherheit sind. Konzentriere dich darauf, für Zackian zu besänftigen. Lukas, es greift an! Ich hoffe, jetzt kämpfen wir zuerst gegen Zackian, was seltsam ist. So, wir wissen doch schon, was effektiv ist und was nicht effektiv ist. Schön, dass man uns mal wieder nicht geheilt hat, das möchte ich auch mal dazu sagen. Und natürlich, ja, Level 70, damit ist nicht zu spaßen. Dankeschön. 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 Das war so hart. Danke schön, schön. So, ich weiß nur nicht, von welchem Typ das ist. Da haben wir auf jeden Fall eingeblendet. Jetzt haben wir plötzlich wieder eingeblendet, was effektiv und was nicht effektiv ist. Ich will wahrscheinlich vom Typ fehl zu sein, also das hab ich von der Soll ich wieder total vertreißen. Ach, das ist sicher ein Bonus. Ach, kommt Leute, ey. Das kann jetzt nicht euer verdammter Ernst sein. Daran soll's doch jetzt nicht scheitern. Meine Güte, ey. Scheißteil. Ja, geil, das Ding hat gegen alles was. Ja, jetzt brauche ich's, dass ich keinen Top-ID habe. Scheiße, Mann! Ja, und jetzt? Ja. Toll! Jetzt erleben wir tatsächlich noch das. Das Unverfassbare. Wir sind K.O. gegangen. Oh, meine Fresse, ey. Das Ding kriegt jetzt gleich so einen auf den Putzmann. Weil ich mich einmal verdrückt habe. Auch ich hasse es, dass wir das in der, äh, was weiß ich, wievielten Generationen reformiert haben. Na komm, das muss jetzt noch büßen, aber zuvor spare ich mich ab. Das hat es nicht mit's unkonzentriert zu tun gehabt. Das hat was damit zu tun gehabt, dass das einfach nur Scheiße ist. So, äh. Weil ich mich verdrückt habe. Ey, ich hasse das so sehr. Warum hat man diesen Scheiß gemacht? Bei jedem anderen Item kommt es halt keine Wirken, aber beim Beleber... Ach, Mann. Okay, was bringt's eigentlich hier großartig sich drüber aufzuregen? Was soll Scheiße? Ne, da wollen wir nicht hin. Oder wo ist dieses Dach jetzt nochmal? Achso, da gibt's ja noch so einen Nebenaufzug. Ach, Leute. Wieso? Wieso überhaupt? Sollen wir gegen Level 70 Pokémon campen? Ehrlich, das ist fast unmöglich, dass zu diesem Zeitpunkt das schon so... Jaaaa... Wir wissen doch schon Bescheid. Jetzt. Kommt. Bitte. Das regt mich wieder so auf. Wenn ich was stehe, war oben. Jaaaa... Mach's ruhig so. Okay, das war der erste Strike. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie mit einer Initiative, einer guten Initiative durchkommen. Irgendwie muss das möglich sein. ... ... ... ... ... Warum, um Gottes Willen? Menschenskinder, du. Echt, du. Das hat jetzt wirklich aber auch bis zum allerletzten Part gedauert, dass ich mich hier mal aufregen muss. Verdammt, nochmals jetzt den Aqua durchstuhl. Gott sei Dank. Bitte hau's weg. Scheißteil. So. Reg dich nicht auf, Lukas. Alles ist in Ordnung. Ja, schade. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, kein einziges Mal Game Over zu gehen und kein einziges Mal in Ohnmacht zu fallen. Ach, Zack, Jan. Alles in Ordnung mit dir? Oh Gott, ich glaub, jetzt kommt gleich diese tolle Szene, wo sich auch wieder viele Leute aufgeregt haben. Vorsicht, oh, pass auf. Summer Center? Summer Center? Danke, dass du mich gerettet hast, Summer Center. Ja, das versteh ich nach wie vor. Wieso hat sich jeder darüber aufgeregt, dass diese scheiß Animation so aussah? Aber es scheint seine Kraft jetzt immer noch nicht ganz zu kontrollieren. Oder es scheint seine Kraft immer noch nicht zu kontrollieren. Ich mach mir große Sorgen um Sakian, Lukas. Ich muss eben einfacher hinterher. Und das gibst du jetzt auf der Stelle zurück. Das gehört Sakian. Oh, weh. Oh, das ist konsequent. Okay, ich glaub, das muss ich nicht vorlesen. Nein. Ich flehe dich an. Verschone meinen großen Bruder. Summer Center. Summer Center, start dich an. Komm, ich will jetzt einfach noch den Meisterball auf dich draufwerfen. Ist das in Ordnung? Weil, um ganz ehrlich zu sein, ich hab keinen Bock mehr, dass das Ding meine ganzen Pokémon außer Kraft setzt. Also, wenn ich meine Krise nach Gem, ja, ich glaub, ich warte hier auch vorhin. So, ist mir jetzt scheißegal. Um Summer Center zu fangen. Ja, das erfahren wir im nächsten Part. Ich seh gerade erst jetzt, dass wir im Verzug sind. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohrenstab. Denkt daran, Freundschaft ist Magie. Bis zum nächsten Mal.